Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 53 und heute geht es um die Realität. Und das ist zwar ein sehr pauschaler und allgemein gehaltener Titel, das gebe ich gerne zu, aber ihr werdet sehen, dass das Ganze am Ende des Tages doch Sinn macht und doch deutlich spezifischer wird, als man glaubt. Ich möchte mich heute über etwas Aktuelles nicht unbedingt aufregen, aber ich möchte darüber reden, weil aufgeregt habe ich mich jetzt lang genug drüber, viele Stunden sind vergangen, da habe ich mir jetzt wirklich schon die Zähne daran ausgebissen, dass mich das so geärgert hat. Aber es ist eigentlich, die Umstände sind gar nicht so wichtig. Die Umstände, warum ich mich darüber so aufrege, über diese sogenannte Realität, das ist gar nicht so wichtig. Ich möchte eigentlich viel mehr auf die Conclusion schon raus, ich möchte schon viel weiter denken, damit es hier kein reines Aufregen wird. Aber heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie sich Menschen eigentlich selbst einschätzen können und sollten und wie wichtig das manchmal eigentlich ist. Es geht, und das wissen vor allen Dingen alle, die beim Discord dabei sind und im Discord mitlesen und verfolgen und auch mitschreiben, die wissen ganz genau, worum es geht, aber ich muss es jetzt hier nicht weiter erläutern. Wie gesagt, es frisst sonst nur Zeit. Deshalb, wenn ihr euch die ganze Geschichte interessiert, schaut in die Podcast-Beschreibung, da findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server, der sehr groß und belebt und beliebt ist und auch sehr cool. Und alle, die das gerade auf YouTube hören, finden natürlich die Informationen in der Videobeschreibung. So, die Realität ist ja eigentlich schon was Spannendes und was Lustiges. Wir alle leben darin irgendwie, aber trotzdem ist sie auch immer sehr stark von unseren Wahrnehmungen geprägt. Wenn wir der Meinung sind, dass etwas so ist, wie es ist, dann können wir das für uns glauben oder eben nicht glauben und die anderen können hier einer ganz anderen Meinung sein. Gleichzeitig gibt es aber auch so intelligente und kurzknappe Sätze wie Eine Meinung ist keine Wissenschaft. Auf der anderen Seite muss man aber auch anerkennen, dass die Menschen mit anderen Meinungen in einer starken Demokratie auch auszuhalten sind. Manchmal aber, manchmal fordert man von uns, Stellung zu beziehen und klar seine eigenen Wahrnehmungen zu äußern. Diese Stellungnahmen, die sind dann relevant zum Beispiel für einen weiteren Verlauf. Sprechen wir im Bergsport zum Beispiel davon, dass jemand auf eine Bergtour gehen möchte und die Anforderung ist, dass jederjenige im zweiten Schwierigkeitsgrad solide klettern kann, sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg. Nun ist die Herausforderung, dass diese Person für sich selbst einschätzen muss, ob sie das kann oder nicht. Und wenn sie das kann, dann kann sie die Tour sicher machen und wenn sie das nicht kann, dann kann sie eben diese Tour nicht machen, aber wird sich wahrscheinlich eine andere Tour finden, die eher dem Anforderungsprofil und auch dem Können der Person entspricht. Eigentlich ist das doch ganz einfach, oder? Darüber müsste man ja jetzt nicht lange sprechen. Das ist dann eben die Realität. Aber die gefühlte Realität, die spielt leider manchmal auch eine maßgebliche Rolle dabei, was tatsächlich passiert, was tatsächlich gemacht wird von Menschen und darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Gehen wir also davon aus, dass die besagte Person nicht im zweiten Schwierigkeitsgrad klettern kann, aber diese Tour machen möchte. Welche Optionen hat sie denn? Naja, sie könnte zum einen mal einen Bergführer engagieren. Dieser Bergführer, der bringt sie dann sicher über diese Passagen und leitet dann das ganze Unternehmen so ein wenig an. Das ist eine solide Idee, die ist ein bisschen teuer, aber im Prinzip kann man sagen, wenn jemand unbedingt auf einen Berg möchte, aber sich dieses Unterfangen nicht alleine zutraut, dann ist ein Bergführer eine valide und gute Möglichkeit, das Ganze sicher zu absolvieren. Klingt doch ganz gut. Eine andere Möglichkeit, die realen Bedingungen nochmal zu beeinflussen, ist es natürlich auch, sich selbst irgendwo ins Fäustchen zu lügen. Denn was man definitiv machen kann, ist, man plant eine Bergtour, die im zweiten Schwierigkeitsgrad verläuft und gleichzeitig sagt man sich selbst, naja, das kann ich schon. In Wirklichkeit hat man vielleicht gar keine Ahnung und gar keine Erfahrung im zweiten Schwierigkeitsgrad und weiß eigentlich gar nicht, ob man hier sicher hochkommt und vor allen Dingen, ob man sicher wieder runterkommt. All das ist natürlich eine blöde Situation, denn dann ist es so, dass zum Beispiel manchmal auch die Bergrettung im blödesten Fall ausrücken muss, um die Person, die vielleicht überfordert ist oder abgestürzt oder verletzt oder einfach nur keine Kraft mehr hat, wieder abzuholen. Und das Ganze ist dann aufwendig und mühsam für Menschen, die eigentlich Besseres zu tun hätten. Vor allen Dingen ist es aber vermeidbar. Und das ist ganz wichtig, denn vermeidbare Dinge sollten wir auch vermeiden, wenn die Konsequenzen negativ sind. Nicht nur für einen selber, sondern auch für andere. Das Ganze ist dann im Prinzip nichts anderes, als weiterzudenken, über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken und Rücksicht auf andere zu nehmen. Denn das Rücksichtnehmen auf andere, das zählt in den Bergen, auch wenn diese anderen vielleicht gerade in diesem Moment gar nicht da sind. Denn die Bergretter, die Alpinpolizei und Co., die sind alle gerade nicht da, aber auf die nehmen wir indirekt ebenfalls Rücksicht, wenn wir uns zurückhalten, wenn wir vielleicht nicht über unsere Grenzen weit hinweg gehen, wenn wir nicht Dinge unüberlegt und dumm tun, wenn wir nicht bei Lawinenwarnstufe 4 in einen 45 Grad steilen Steilhang einfahren, wenn wir nicht im dritten Schwierigkeitsgrad eine Tour unternehmen, obwohl wir nicht wissen, ob wir den dritten Schwierigkeitsgrad überhaupt sicher wieder abklettern können, wenn wir nicht in ein brüchiges und bröseliges Gelände einsteigen mit viel Steinschlag, weil wir vielleicht schon zu spät dran sind und es schon zu viel aufgetaut hat im Hochgebirge. All diese Dinge können wir selbst beeinflussen, all diese Dinge haben wir selbst in der Hand und es wäre auch so einfach. Es wäre so unfassbar einfach, diese Dinge richtig zu machen. Sie fordern nicht viel, sie fordern weder Fachwissen noch irgendeine spezielle Ausbildung. Sie fordern lediglich Hausverstand, könnte man dazu sagen, aber in Wirklichkeit könnte man auch einfach dazu sagen, man muss sein Gehirn einschalten und benutzen. Dass das Ganze manchmal überfordernd wirkt, gerade der Teil mit dem Gehirn, das kann ich vollkommen gut nachvollziehen. In einer Zeit, in der wir selbst allem alles eigentlich auslagern können und alles einem anderen überlassen können, die Verantwortung abgeben können, aber auch sämtliche Denkarbeit im Prinzip übergeben können. Ja, in einer Zeit wie dieser, da ist es fast schon irgendwie anstrengend, sich plötzlich selbst mit den Dingen auseinanderzusetzen. Man könnte den Vergleich ziehen mit einem Taschenrechner. Ja, wir könnten Kopf rechnen, aber das ist anstrengend und das ist mühselig und ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr möglich. Aber man könnte eben auch alles an einem Taschenrechner auslagern und dann ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Und das ist in Zeiten wie diesen eine sehr valide Option und eine sehr gute Option, denn natürlich wird dadurch alles deutlich einfacher. Aber um das Ganze auf den Bergsport übertragen zu müssen, müssen wir hier noch die Komponente Mensch mit einbeziehen. Und hier wird es ganz anders als mit dem Taschenrechner. Denn dem Taschenrechner ist es vollkommen egal, was wir ihm zum Arbeiten geben, was wir ihm vorsetzen. Er macht es einfach. Der Mensch hingegen ist fragil. Jeder Mensch ist fragil in seiner Psyche, aber auch in seiner Physis. Insofern sollten wir vielleicht doch deutlich mehr Rücksicht nehmen auf die Menschen als auf einen Taschenrechner. Das Auslagern von Aufgaben und das Auslagern von Beurteilungen, das ist eine Krankheit, die im Alpinismus tödlich sein kann. Und natürlich ist es schon so, dass Retter durchaus auf sich selbst Rücksicht nehmen und natürlich auch darauf achten, dass sie sich nicht in unnötige Gefahren bringen, auch wenn sie jemand angerufen hat. Aber trotzdem sollten wir auch deutlich weiter denken als das. Die Rücksicht hört nicht dabei auf, dass wir einen Bergretter nun verschonen, indem wir die Bergrettung nicht anrufen. Die Rücksicht beginnt auch schon hier, wenn wir einen unintelligenten Move machen, eine unintelligente Entscheidung treffen und uns auf Touren einlassen, für die wir nicht vorbereitet sind. Und dann gleichzeitig andere Menschen, die sich vielleicht Sorgen machen oder die vielleicht helfen wollen, weil sie doch gute Menschen sind, in Gefahr bringen. Denn ja, ein Bergretter, der wird sich wahrscheinlich aufgrund seiner professionellen Ausbildung nicht so schnell in Gefahr bringen. Aber wenn ich persönlich sehe, dass jemand in einer Notsituation ist, dann kann ich nicht darüber hinwegdenken, ihm nicht zu helfen oder ihm zu helfen. Ich werde es einfach tun. Ich schalte in diesen Momenten auf Autopilot und versuche mein Bestmögliches, ihm zu helfen. Ich persönlich begebe mich auch dafür nicht in unfassbare Gefahren, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch schon einmal etwas riskiert habe, nur um einem Menschen in Not zu helfen. All das ist menschlich und all das ist wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass in der Realität doch die Dinge sehr, sehr ernst sind. Manchmal aber, manchmal sind diese Dinge gar nicht so ernst. Manchmal begeben wir uns gar nicht in große Gefahren, sondern eigentlich nur machen wir es den Menschen etwas schwer, wenn wir uns dumm verhalten in der Realität. Die Realität besteht nämlich maßgeblich, wie wir das am Anfang schon besprochen haben, aus der Selbsteinschätzung und aus der Wahrnehmung. Aus der Wahrnehmung, wie wir sind. Aus der Wahrnehmung, was wir können. Aus der Wahrnehmung, was wir eigentlich machen wollen und wie realistisch es ist, das zu schaffen. Gehen wir dafür in ein anderes Setting. Stellen wir uns vor, eine Person X möchte einen Hochtourenkurs belegen und möchte sich da weiterbilden. Die Person X kennt Wanderungen, Die Person X, die kennt, ja, die kennt so ein bisschen anspruchsvolleres, felsiges Gelände, ein bisschen Kraxelei hat sie auch schon mal gemacht. Das ist Person X. Person X geht nun in einen Hochtourenkurs, bezahlt dafür 450 Euro und der dauert drei Tage, selbst, nein, vier Tage, selbstverständlich ohne Übernachtung und Verpflegung, also ein durchaus teures Unterfangen. Die Person X schaut sich genau an. Was sind die Anforderungen? Was für Ausrüstung brauche ich dafür mit? Die Bergschule, die gibt dafür sehr viele Informationen her und all das wird nun kontrolliert, überprüft und so weiter. Die Ausrüstungen werden gecheckt, Material wird eingekauft. Letzte Woche haben wir uns über das Geld unterhalten und dass alle Leute immer das Beste kaufen wollen und müssen und weil es einfach ein teilweise auch industriell gefertigtes Problem ist. Aber gehen wir mal gar nicht so darauf ein. Die Ausrüstung wird jedenfalls gekauft und dann kontrolliert man nochmal die Checkliste. Man weiß genau, wann man wo zu sein hat. Man weiß genau, worum es geht. Vielleicht hat man sich sogar schon mal auf der Karte angesehen, wo man hin will und welche Berge da drum herum stehen, dass man vielleicht beim Kurs auch nicht der dümmste ist. Gut, der dümmste sollte man aber auch nicht sein, wenn man vielleicht jetzt einen anspruchsvollen Hochtourenkurs bucht, der durchaus schon selbstständiges Denken voraussetzt. Nun geht es an die Voraussetzungen. Die Person X, die schaut sich nun im Internet an. Was muss sie eigentlich können, damit sie bei diesem Hochtourenkurs teilnehmen kann? Jetzt steht vielleicht, eingenommen in diesem Kursprogramm drinnen, die Person muss bitteschön sehr trittsicher sein, absolut schwindelfrei sein, sollte vielleicht schon das ein oder andere Mal mit Schneem Kontakt gewesen sein, sollte vielleicht schon mal ein bisschen was mit einem Pickel oder mit einem Steigeisen zu tun gehabt haben oder diese vielleicht schon mal irgendwo auf einem Firmenfeld ausprobiert haben, einfach ein bisschen Grundwissen haben über all diese Dinge. Person X denkt sich, naja, also Pickel weiß ich gar nicht, was das ist und googelt erst mal los. Auf Google finden sich viele Erklärungen zum Pickel. Auf Google findet sich vielleicht auch diese eine Video von der Alpen Academy, wo der Eispickel und die Möglichkeiten, was man da kaufen kann und was Sinn macht und was keinen Sinn macht und das alles schustet er sich zusammen und dann steht er da und weiß zwar immer noch nicht, was ein Pickel ist, aber er hat das jetzt nur alles konsumiert und glaubt, es auswendig gelernt zu haben. Dasselbe macht er dann mit den Steigeisen auch. In den Voraussetzungen steht zwar, dass man dafür damit Erfahrung haben muss, aber das wird schon gehen, denkt sich Person X. Nun kommt es zu diesem Hochtourenkurs. Der Hochtourenkurs findet statt und, ja, er trifft auf der Hütte ein Tag 1, es geht los mit den Themen. Nun sollen die Teilnehmer Steigeisen und Pickel anlegen und sich erstmals ein wenig auf dem blanken Eis des Gletschers bewegen. Ja, auf Schnee kennt man das ja schon, das stand ja auch in den Voraussetzungen, dass man hier schon ein wenig Erfahrung gesammelt hat. Aber nun geht es ans Eis. Hier ist der Bewegungsablauf ganz anders, die Konsequenzen bei einem Sturz ganz anders und vielleicht sollte man sich auch irgendwie ein bisschen anders verhalten, wenn man am Blankeis unterwegs ist. Denn das ist ja letztlich die Konsequenz oder, naja, die logische Konsequenz im Prinzip, wenn man nun in steilerem Gelände oder in eisigerem Gelände mit anderen Konsequenzen bei einem Sturz ist. Gut, die Personen legen alle ihre Steigeisen und Pickel an. Alle erfüllen sie die Voraussetzungen bis auf Person X. Person X hat zwar gesagt, dass sie die Voraussetzungen erfüllt, aber in Wirklichkeit so richtig stimmt das nicht. Was ist nun die Konsequenz? Person X hat keine Ahnung. Sie geht zum, oder er, also die Person geht zum Bergführer und sagt, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß leider nicht, wie man sich ein Steigeisen richtig einstellt. Ich weiß leider nicht, wie lang mein Pickel sein sollte. Ich weiß leider nicht, wie ich einen Pickel halten muss. Ich weiß leider nicht, ob die Steigeisen jetzt so passen oder nicht. Ich weiß leider nicht, ob meine Steigeisen überhaupt auf diesen Schub passen oder nicht. All das beginnt in diesem Moment, ein wichtiger Faktor innerhalb dieses Kurses zu werden. Denn die Grundvoraussetzungen für diesen Kurs waren klar, doch Person X erfüllt diese keineswegs. Nun ist es so, dass der Bergführer in einer sehr brenzligen Lage ist. Die Kursteilnehmer, vor allen Dingen die anderen Kursteilnehmer, sie sind vorbereitet, sie wollen etwas lernen, sie wollen sich weiterbilden, sie wollen selbstständig Hochtouren gehen in diesem Fall. Und all das funktioniert natürlich nur dann, wenn der Bergführer ihnen auch etwas lernen kann. Nun ist es aber so, dass der Bergführer letztlich sich mit Person X beschäftigen muss, denn diese Person kann nichts. Insofern geht es jetzt darum, Steigeisen anzulegen, insofern geht es jetzt darum, Steigeisen überhaupt mal richtig einzustellen. Es geht darum, wie man einen Pickel hält und wofür man einen Pickel überhaupt verwendet. Denn das alles hat Person X irgendwo im Internet gelesen, aber, naja, leider auch schon wieder vergessen. Nun geht es darum, wie man überhaupt Person X mal das erste Mal den Steigeisen über den Schnee jagen kann, ohne dass es ihm bei jedem dritten Schritt die Hose oder die Waden zerreißt. Person X wird jetzt also eingeschult. Alle anderen können das schon und alle anderen bewegen sich jetzt dumm herum oder stehen dumm herum, denn sie warten darauf, dass alles so eingerichtet ist und so passiert ist, dass alle auf dem gleichen Stand sind und nun etwas Neues dazulernen können. Das Ganze dauert aber sehr lange. Das Ganze wird ein, zwei Stunden brauchen, insgesamt über den ersten Tag verteilt, bis diese Person auch warm geworden ist mit all den Gerätschaften, mit denen sie nun umgehen lernen muss. Alle anderen haben das ja bereits gelernt oder irgendwo geübt oder schon mal ausprobiert, haben also eine gewisse Grundvoraussetzung erfüllt, beziehungsweise die Voraussetzung, die der Kurs eigentlich vorgegeben hat. Nun könnte man sagen, na gut, aber diese eine Person, wieso nimmt die überhaupt an diesem Kurs teil? Und hier kommt wieder die Realität ins Spiel. Denn die Realität besteht eben doch immer noch aus der Wahrnehmung und vor allen Dingen aus der Selbsteinschätzung aller Menschen. Denn die Realität wird maßgeblich durch Person X beeinflusst, das haben wir ja gerade festgestellt. Alle anderen müssen nun zwei Stunden lang warten, bis die eine Person, die eine andere Realität für sich entdeckt hat, jetzt fit für diesen Kurs ist. Oder fit zumindest für den ersten Tag. Anderes Beispiel wäre das Felsklettern. Hier ist es deutlich brisanter. Denn es gibt zum Beispiel Kurse, die bedeuten oder die heißen von der Halle auf den Fels. Hier geht es darum, die Menschen von dem Hallenklettern zum Felsklettern zu bewegen, denn Felsklettern ist ein schöner Sport und viele Menschen möchten, wenn sie in der Halle vielleicht langsam gelangweilt sind oder die bunten Griffe nicht mehr sehen können, an den Fels wechseln. Und das ist wahrlich verständlich. Ich persönlich finde das Felsklettern auch irgendwie schöner als das Hallenklettern. Doch gleichzeitig birgt so ein Kurs natürlich wieder jede Menge Potenzial für viele falsche Voraussetzungen. Der Kurs hat die Voraussetzung, dass jemand sicher mit einem Sicherungsgerät sichern kann, beispielsweise und vor allem einem Tuber. Dieser Kurs setzt ebenfalls voraus, dass man zumindest solide im vierten Schwierigkeitsgrad in der Halle klettern kann. Dieser Kurs setzt voraus, dass jemand eine gewisse Grundfitness mitbringt, damit das Ganze auch Sinn macht und das Ganze auch wirklich gemacht werden kann. Das Ganze setzt natürlich auch voraus, dass man sich korrekt in ein Seil einbinden kann, dass man weiß, dass man einen Knoten am Ende des Seilums macht, damit man das Seil nicht drüber hinweg ablässt. Das alles wird mehr oder weniger vorausgesetzt und dementsprechend ist das auch im Kurs und in der Kursbeschreibung klar kommuniziert. Was nun passiert ist, dass sich wahrscheinlich die Hälfte aller Teilnehmer da relativ gut drin auskennen. Was nun passieren wird, ist aber auch, dass die andere Hälfte sich wahrscheinlich damit nicht ganz so gut auskennt, wahrscheinlich gerade von irgendeinem Nachbarn, dem Freund oder dem dritten Verwandten, der Bekannten des Schwiegervaters, irgendwo mal Klettern kurz gelernt hat. Nun fand er aber das Hallenklettern irgendwie doch langweilig und dachte sich, naja, ich mache eben mal einen Felskletterkurs. Bei diesem Kurs stellt sich nun heraus, die Person kann sich gar nicht selbst ins Seil einbinden, zumindest nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass sie das fehlerfrei kann. Bei diesem Kurs wird auch festgestellt, dass die Person mit dem Tuber gar nichts sichern kann, sondern lediglich mit dem Grigri sichern kann, was beim Felsklettern meistens gar nicht so sinnvoll ist, je nachdem, was man vorhat. Beim Kurs stellt sich übrigens auch heraus, dass diese Person elementare Sicherheitspunkte wie korrektes Sichern und Co. einfach nicht beherrscht. Was nun? Na gut, der Bergführer wurde dafür bezahlt, alle Menschen zu unterrichten. Aber hier wieder das Problem. Warum ist es eigentlich die Aufgabe aller Kursteilnehmer, die Blödheit einer anderen Person oder mehrerer Personen auszubaden? Man müsste im Prinzip Privatkurse machen, damit man definitiv sicher sein kann, dass man auch das lernt, was man lernen will. Aber andererseits stelle ich mir persönlich dann die Frage, wieso eigentlich? Wieso können die Menschen das Anforderungsprofil eines Kurses nicht einfach studieren und ehrlich für sich selbst beantworten? Wenn Menschen meist aus bergferneren Regionen kommen und sagen, dass sie eine Anforderung erfüllen, dann sollten sie definitiv auch ganz klar ehrlich sein. Denn wenn die Anforderung ist, regelmäßige Unternehmungen in den Bergen, dann ist einmal im Jahr Wanderurlaub eben nicht die regelmäßige Unternehmung in den Bergen oder im alpinen Gelände oder was auch immer bei irgendeinem Kurs eine Anforderung sein könnte. Das ist einfach so nicht richtig. Und das Problem sehe ich auf drei Seiten. Zweimal auf Seite des Kunden, zweimal auf Seite des Anbieters. Einmal auf Seite des Anbieters. Entschuldigung, sonst kommen wir ja nicht auf drei. So, da sind wir schon wieder beim Taschenrechner. Schauen wir uns kurz das Problem des Anbieters an. Der Anbieter ist natürlich darauf aus, die Kurse voll zu belegen. Aber gleichzeitig muss der Anbieter auch eigentlich dafür verantwortlich sein, dass alle Menschen die Voraussetzungen erfüllen. Natürlich wird mehr oder weniger diese Verantwortung auch auf den Kunden abgeschoben. Denn wie soll der Anbieter das denn bitte kontrollieren? Der Anbieter kann nicht für jeden Teilnehmer irgendwie nochmal einen kurzen Probetag machen, wo er alles herzeigt, was die Voraussetzungen für irgendeinen Kurs sind. So funktioniert das einfach nicht. So kann das auch überhaupt nicht funktionieren. Gleichzeitig kann man aber auch während eines Kurses nicht sagen, nein, ich schmeiß den jetzt wieder raus, denn naja, er hat halt voll bezahlt. Man könnte natürlich sagen, ja gut, er hat die Voraussetzungen nicht erfüllt. Dementsprechend hat er sich eigentlich auch für diesen Kurs nicht qualifizieren können und so weiter. Und deshalb hat er halt eben Pech gehabt und er muss bezahlen und er darf trotzdem nicht teilen. Das Ganze wird aber wahrscheinlich in mehr Rechtsstreitigkeiten im deutschsprachigen Raum sorgen, als sich irgendein Anbieter auch nur ansatzweise leisten kann. Deshalb, das ist wahrscheinlich auch keine praktikable Option. Was macht der Anbieter nun? Er tut sein Bestes. Er sagt also, ja, wir haben hier ein Anforderungsprofil an unseren Kunden, der diesen Kurs mitmachen möchte und dieser Kunde ist bitte selbst dafür verantwortlich, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Da aber Fakt ist, dass diese Voraussetzungen nicht überprüft werden können und es auch keine Konsequenzen hat, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ist es eigentlich scheißegal, ob der Kunde diese Voraussetzungen erfüllt oder nicht. Und damit kommen wir jetzt zum Kunden. Die zwei Probleme, die ich hier beim Kunden sehe. Ich glaube, es gibt zwei Intentionen und das hatten wir auch gestern kurz beim Discord-Gespräch. Ich glaube, es gibt zwei Intentionen, weshalb das so passiert. Weshalb das vor allen Dingen oft passiert und kein einmaliges Erlebnis ist. Denn Bergführer bestätigen mir das immer wieder, dass es ein Problem ist bei Kursen. Schauen wir uns Punkt 1 an. Die betreffende Person, der Kunde, die Person X, wenn man so will, ja, die hat einfach geglaubt, dass sie diesen Anforderungen entspricht und deshalb hat sie sich vielleicht einfach etwas überschätzt. Das ist wirklich, 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 wirklich nicht schön für alle anderen Teilnehmer. Aber die Konsequenz, das schieben wir jetzt einfach mal kurz zur Seite, die ist für alle anderen Teilnehmer immer die gleiche. Man lernt nichts, es ist beschissen, es ist langweilig und es ist insgesamt kein guter Kosten-Nutzen-Faktor. Aber kommen wir zurück zu unserem Kunden, der sich selbst falsch eingeschätzt hat. Nehmt, und das ist jetzt ein Appell von mir an dieser Stelle, nehmt die Anforderungsprofile eines Kurses ernst. Tut nicht einfach so, als hättet ihr von den Worten schon mal etwas gehört und deshalb könnt ihr damit irgendwie was anfangen. Wenn das Anforderungsprofil eines Kurses ist, dass man fortgeschritten sein sollte in irgendeiner Disziplin des Bergsports, um an diesem Kurs teilzunehmen, dann heißt das, dass man fortgeschritten sein muss, dass man erste Erfahrungen gesammelt haben muss. Das ist dann keine lächerliche Option, sondern das ist wichtig, um an diesem Kurs teilnehmen zu können. Wenn man das Ganze so betrachtet, dann wird man wahrscheinlich in Zukunft an deutlich weniger Kursen teilnehmen, als das bis jetzt der Fall war. Denn wenn ich mir anschaue, was aktuell so bei den Kursen herumläuft, dann kann man sich relativ gut ausmalen, dass all diese Menschen, wenn es zum Beispiel um Fortgeschritten geht, definitiv nicht fortgeschritten sind. Wenn ein fortgeschrittener Hochtourkurs beinhaltet, dass man diverse Dinge schon gemacht hat und kann und sicher kann und selbstständig kann und dann war man in seinem Leben noch nie auf einer Hochtour, dann ist man nicht fortgeschritten. Punkt. Und das ärgert mich so, dass es diese Menschen nicht schaffen, in ihrer Selbsteinschätzung, das realistisch zu beurteilen und sich selbst aber auch einzugestehen, ich kann das nicht. Das ist nie schlimm, wenn man etwas nicht kann. Aber einen fortgeschrittenen Kurs zu buchen, obwohl man ein Anfänger ist, das ist fatal. Das ist fatal für alle anderen Menschen, für alle anderen Kursteilnehmer und das ist rücksichtslos, absolut rücksichtslos und man bringt damit, wenn wir jetzt zu unserem Anfangsbeispiel zurückgehen, mit dem zweiten Schwierigkeitsgrad, in diesem Fall zwar niemanden in Gefahr, aber man scheißt ganz automatisch auf die Bedürfnisse und vor allen Dingen auf das Geld, das die anderen Kursteilnehmer bezahlt haben und das ist rücksichtslos. Und kommen wir jetzt noch zum zweiten Punkt, der mich nochmal eigentlich zehnmal mehr aufregt und zehnmal mehr in Rage bringt. Der Punkt des wissentlichen Lügens in diesem Fall. Wer mit einem Anforderungsprofil nicht zurechtkommt, weil er es nicht kann und trotzdem sagt, dass er das alles, naja, kann und dann den Kurs bucht, weil er eh weiß, dass der Bergführer definitiv Rücksicht auf ihn nehmen muss, weil anders geht es ja nicht, weil er hat ja den Kurs bezahlt und er weiß ja, dass er nicht einfach rausgeschmissen wird, weil er es sonst sicherlich irgendwie rechtlich noch ein Nachspiel haben könnte oder sonst was und da die Bergführer natürlich auch kein Risiko eingehen wollen und er weiß, dass er ohnehin irgendwie mitgezogen wird und dann deshalb diesen Kurs bucht, obwohl er weiß, dass er nichts davon kann, diese Menschen sind scheiße. Diese Menschen sind nicht berechtigt, solche Kurse zu machen. Diese Menschen haben kein Recht, solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und diese Menschen haben meiner Meinung nach auch keinen Anspruch, jemals mehr irgendeinen Kurs zu machen und haben die Solidarität in den Bergen vermisst. Er hat nicht verstanden, worum es bei diesem Sport geht. Er hat nicht verstanden, wie man sich untereinander verhält, wie man sich untereinander behandelt, dass man sich untereinander wertschätzt und dass man untereinander Rücksicht auf sich nimmt. Das alles hat diese Person nicht verstanden und insofern hat diese Person in den Bergen grundsätzlich nichts verloren und hat kein Bleiberecht irgendwo auf einem Berg, denn das ist rücksichtslose Scheiße. Und das muss, das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Denn selbst wenn nur 10% aller Kurse nicht ihr Kursziel erreichen, weil zwei oder drei Vollidioten dabei sind, die sich gedacht haben, naja, wir buchen das einfach mal, der muss uns eh mitziehen, der muss uns eh alles zeigen, weil sonst können wir ja nicht mitmachen und da können wir uns ja dann im Nachhinein schön beschweren und das will der sicher nicht und so weiter. Das geht gar nicht. Dann ist der ganze Kurs im Arsch. Die Bergführer haben keine Lust drauf, denn sie sind eigentlich für etwas anderes gekommen. Die Kursteilnehmer haben einfach, also erstens mal, die haben ein riesiges Problem mit diesen Personen, selbstverständlich, aber das ist diesen egoistischen Arschlöchern ja sowieso egal und außerdem haben diese Kursteilnehmer das gleiche Geld bezahlt für eine mindere Qualität, für die der Bergführer übrigens in der Regel dann gar nichts kann, sondern einfach die Teilnehmer, die weit unter ihrem Level hier starten. Und wenn das alles wissentlich passiert, weil man so rücksichtslos ist, dass man einfach davon ausgeht, dass man ohnehin alles lernen muss, weil die NME ohnehin alles lernen müssen, dann ist das absolutes, absolut letztklassiges Verhalten. Ich kann dazu nichts anderes sagen, als dass das wirklich ekelhaft ist und unter aller Sau. Diese drei Faktoren, die Anbieter, die in ihrer Rolle gefangen sind, weil sie Geld verdienen wollen, weil sie die Kurse vollbringen wollen, aber leider keine Konsequenzen für fehlende, naja, ich sag mal, für fehlende Voraussetzungen bei den Teilnehmern haben, die Personen, die sich selbst nicht richtig einschätzen können, die Personen, die quasi einfach selbst nicht genau wissen, ob sie diese Anführung erfüllen oder nicht, und die Gruppe, die Personengruppe, der dritte Faktor, die rücksichtslos sind und in diesem Punkt einfach bewusst lügen, weil sie wissen, dass das System sowieso komplett broke ist und dementsprechend mitgezogen werden müssen vom Bergführer. Diese drei Faktoren sorgen dafür, dass die Realität auf einmal eine ganz, ganz andere ist. Die Realität hängt davon ab, wie wir mit ihr umgehen. Und wenn viele Menschen zusammenkommen, dann kommen viele eigene Realitäten aufeinander und das muss ich dann irgendwie alles verstehen. Es gibt keine Lösung dafür. Ich habe keine Lösung dafür. Wie gesagt, Agenturen oder Veranstalter können diese ganzen Voraussetzungen nicht hundertprozentig überprüfen. Es funktioniert nicht. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie man das irgendwie steuern könnte, wäre von Anfang an, von den Basic-Kursen weg, für egal was, sagen wir zum Beispiel jetzt mal Felsklettern, dass man sagt, du musst vorher in der Halle klettern gelernt haben unter kontrollierten und sicheren Bedingungen. Dafür kriegst du ein Zertifikat. Der nächste Kurs, egal bei welchem Anbieter, das muss anbieterübergreifend sein. Der nächste Kurs darf nur belegt werden, wenn es ein offizielles Zertifikat gibt, dass du einen einheitlichen Kurs bestanden hast. Denn dann hast du definitiv die Inhalte gelernt, die du für den nächsten Kurs brauchst. Und dieser Kurs darf nicht länger als zwei Jahre her sein, weil sonst kann man nicht davon ausgehen, dass du diese Dinge noch wirklich beherrschst. Für den dritten Kurs, also dann haben wir jetzt vielleicht beim zweiten Kurs gelernt von der Halle zum Fels, bei der dritten, beim dritten Kurs geht es dann um das Mehrseillängenklettern beispielsweise. Beim Mehrseillängenklettern musst du das Zertifikat für den Kurs Nummer 1 und das Zertifikat für den Kurs Nummer 2 vorlegen können. Wenn du das nicht kannst, darfst du am Kurs Nummer 3, dem Mehrseillängenklettern, nicht teilnehmen. Und dann für Kurs Nummer 4, dem Alpinklettern und dem Threadklettern, dem traditionellen Klettern, mit dem Selbstabsichern etc. Den darfst du nur belegen, wenn du auch wieder alle Kurse zuvor belegt hast und ein entsprechendes Zertifikat vorweisen kannst. Kletterhallen haben das vor einigen Jahren probiert und haben gesagt, man darf bei uns nicht klettern, also selbstständig im Vorstieg klettern, wenn man nicht ein gewisses Zertifikat vorlegen kann, dass man schon mal so einen Kurs besucht hat. Das alles ist aber in der großen Masse der Kletterhallen überhaupt nicht praktikabel und für Kurse, die überall und irgendwo stattfinden, schon gar nicht. Es braucht vom ÖHV, vom DAV, vom SAC und vom Italienischen Alpinverein definitiv Zertifikate, die durch die Bank weg belegen, dass ein gewisser Kurs belegt wurde und unter Anführungszeichen bestanden wurde. Man quasi alle Kursinhalte verstanden hat und auch anwenden kann. Und nur, wenn dieses Zertifikat vorliegt, dürfen andere Kurse gemacht werden. Und ich weiß, ich weiß, das wird in den Einnahmen definitiv Probleme machen. Die Umsätze werden zurückgehen, weil plötzlich nicht jeder Hans und Franz einen Kurs belegen darf. Aber überlegt euch mal, was für einen Mehrwert ihr lieben Alpinschulen haben könntet, wenn ihr dieses Zertifikat voraussetzt und dann alle Leute, die an eurem Kurs teilnehmen, wirklich auf dem gleichen Stand sind und wirklich viel dazulernen können. Natürlich wird es Leute geben, die das alles wieder vergessen haben, die vielleicht schon wieder sich falsche Dinge eingelernt haben und so weiter. Aber das sind Kleinigkeiten. Die lassen sich in 10 Minuten ausbügeln. Dafür brauchen wir nicht einen gesamten Tag opfern, den dann alle anderen nichts lernen beispielsweise. Es geht doch nicht mehr nur um Selbsteinschätzung ab einer gewissen Kursstufe. Wenn wir einen fortgeschrittenen Felskletterkurs, Eiskletterkurs, Hochtourenkurs und so weiter haben, dann können wir nicht mehr nur auf die Selbsteinschätzung von Menschen vertrauen. und gerade bei den absoluten High-End-Kursen, bei den Kursen, die sich wirklich nur noch mit den Feinheiten der Technik beispielsweise beschäftigen, gerade bei denen dürfen wir das nicht voraussetzen, dass sich die Leute selbst einschätzen können, denn da sitzen dann die meisten Leute, die glauben, sie sind die allerbesten und deshalb können sie auch diese Kurse definitiv belegen und in Wirklichkeit sind sie Anfänger. Es ist nichts verwerflich daran, ein Anfänger zu sein. Es ist nichts verwerflich daran, neu in einem Sport zu sein, absolut nicht, das würde ich niemals behaupten. Es ist verwerflich, sich über seinen Verhältnissen und über seinem eigentlichen Können bewusst oder unbewusst, da mache ich jetzt keinen Unterschied, einzuschätzen und dann damit andere Leute zu blockieren, in Gefahr zu bringen, je nachdem, in was für einer Situation man sich befindet. In diesem Sinne, seid erstens mal kein Arschloch, ich glaube, das ist einer der erleichtersten Punkte, zweitens schafft es selbst einen realistischen Rahmen, um euch herum zu bauen, von euren Fähigkeiten. Was gibt euer Fähigkeitsprofil wirklich, wirklich, wirklich her? Und drittens, liebe Gesellschaft, liebe Allgemeinheit, warum würde es nicht funktionieren, einheitliche Zertifikate für Kursstufen anzubieten? Es kann doch weiterhin verschiedene Kursanbieter geben, das dürfte doch kein Problem sein. Aber trotzdem sollte vorausgesetzt sein, dass Basic-Kurse, fortgeschrittenen Kurse und Profi-Kurse immer die gleichen Inhalte vermitteln. Das ist möglich. In diesem Sinne schreibt mir gerne eure Meinung in die YouTube-Kommentare oder per Mail an kontakt at alpenacademy.at Wir hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns schon morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, nach – oder – – nach Hats – – – Luck – – Vielen Dank.